Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hausflippers. Wir werden jetzt auf jeden Fall hier drinnen ein bisschen tunen. Und zwar habe ich ja gesagt, dass ich hier neue Sachen gefunden habe für Socken. Okay, die Haushaltswaren sind das ja nicht. Oh, oh. Okay. Dafür? Oh, verflucht. Oh, verflucht. Ähm. Darum kümmere ich mich später. Hier wird vielleicht nochmal richtig, richtig umgepackt. Ach süß, guck mal, ich habe hier kleine Telefönchen. Telefönchen, okay. Reicht denn für heute. Gut. Widmen wir uns diesem Haus jetzt. Äh, dieses Zimmer. Es gab doch gar kein Update. Zahnbar... Wie viele neue Sachen es hier gibt. Hier nicht, ne? Gut, Kuchen, Gabel, Gabel, wahrscheinlich kein Löffel und keinen kleinen Löffel. Plastik. Ne, an den habe ich glaube ich sogar noch den. Löffel Telefarbenmesser gibt es nicht. Welcher? Ach, guckt euch das mal an. Ach, krass. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt frage ich mich nur gerade, wo? Wo waren die ganzen PC-Sachen? Es gab so einen riesen Fernseher zum Beispiel. Äh, Bildschirm, Monitor. Ne, ne, Bildschirm. WTF? Verdammt! Löffel des Überlehens. Scheibenkleister. Oh nein. Hier sowieso nicht, Decken auch nicht. Erholung? Oh, wo flucht. Ja, Leute. Ja. Ja. Es gab einen riesen Monitor. Es gab richtig geile Lautsprecher. Alter. Alter, Schwier, da gibt es hier viele neue Sachen. Ich muss mein Haus umbauen. Es gibt verschiedene Steckdosen. Es gibt verschiedene Steckdosen. Es gibt neue Schallungsäure. Oh, Leute. Oh, guckt euch das mal an. Alter Schweder. Jetzt hab ich nur halt. Alles klar. Ich hab's dann doch noch gefunden. Gott sei Dank. Gott sei Dank hab ich's da noch gefunden. Gibt's hier noch einen anderen Monitor? Nee, schlecht. So. 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 Ich hoffe, die Boxen können an die Wand. Oh, Steam hat mal wieder Probleme. Was für ein seltenes... PCchen, du da unten kommt es auch weg. Kommt hier unten ein günstigerer. Oh ja. Ach, okay. Ich finde das unglaublich hässlich, wenn man den so hat, aber cool, dass es hier entspiegelt. Gibt es hier nicht einen Stuhl? Ja, komm. So. Maus. Tastatur. Ich würde es trotzdem mal hinbauen. An sich ganz cool, aber naja. So. Was gibt es denn noch hier? So. Ja, Mann. Die Leute sogar innen drin so einschmarzeln. Würde ich niemals machen, da rauflegen, weil das Ding wird heiß. Aber pfft. Ach cool. Sogar ein Mikrofon. Ach, ist das nice. Ah. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie die beispielsweise von irgendwelchen Konsolen aussehen. Das passt doch eigentlich. So. Dann hat man glaube ich noch einen Controller. Ne. Was haben wir? Haben wir? Haben wir? Haben wir? Haben wir? Haben wir? Sehr gut. Haben wir alles? Jo. Die Anlage, naja, okay. Okay. Aber ansonsten. Okay. Ich dachte man kann das hier rausziehen, aber ne. Geht nicht. So weit, so gut. Okay. Entfernt weg. Ne, ne. Keine andere stehen bleiben. So. Das ist ja unten schon wieder. Das ist mir doch geil. Es passt doch mit dem Holz. Hier gerade sehr schön. Oh. Einen rüber. Kann man sich nicht hinsetzen. Also eigentlich ganz gut. Ja. Jetzt ist der Tisch auch mittig. Schwarz. Oh Gott. Die ist wie zu groß. Ah. Das. Das. Da hätte sie noch mal irgendwie eine kleinere. zusammenstellen sollen. Schalo. Na ja. So ein 5.1 hatte ich jetzt eigentlich vor. Oder wenn ich mich an die Wand machen kann. Geht das leider nicht. Oh. So reicht das aber eigentlich. Es ging jetzt sogar schneller als ich dachte. Jetzt habe ich einen Schluck auf. Ist das jetzt an oder aus? Jetzt ist es an doch. So. Warlocks. Garnflippers. Hausflippers. Das habe ich in meiner Wunschliste. Wusste ich gar nicht. Aber ja. Wäre ja geil. Wäre ja geil wenn ich hier selber irgendwie Bilder reinstellen könnte. Ach verdammt. Jetzt bin ich zu spät. Mist. Du 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 du. Ich hätte dich tatsächlich gerne nochmal kurz weg. Foto. Geht das jetzt? Foto machen mit M. M. Hier. Oh. 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 Ja. Mist. So. Auf jeden Fall eine Festplatte. Man kann scheinbar doch. Muss ich mal gucken dann? Muss ich denn mal gucken? So. Gut. Jetzt brauche ich ein neues Foto. Bilder, Bilder, Bilder. Nee, das ging anders. Nee, Moment. Das ging anders. Kamera. Kleiner. Größer. Wie 0,39. 0,89. Noch ein bisschen größer. 1,03. Ein bisschen größer. Also 1. Genau. Nee, ein bisschen größer tatsächlich. Perfekt. Oh Gott. Ey, kommt Leute. Eigentlich echt geil. Ich muss mir das gerade noch mal kurz angucken. Sorry. Doch, geil. Doch. Von hinten. Ohne Witz von hinten hätte ich noch mal ein Foto machen müssen. Gut. Und das eine Bäumchen möchte ich hier wieder haben. Pflanzen. Nutz. Apfel. Doch, mal ein Apfel. Jetzt kann ich nicht rennen. Tipp, 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 tipp. Sie bringen sich auf den Boden rein. Zack. Zack. Und zack. Und zack. Und Erde. Und... Sprengeln. Super. Achso. Einsatmen wir nochmal kurz aus. Schauen. Ne. Steuern. Im Spiel. Hier. Ich muss hier einfach mal eine andere Hand beispielsweise nehmen. Genau. Gut. Gut. Die Küche. Oh, ich wusste es. Verdammt. So. Kühlschrank. Na. Ein ran, nein. Ein ran nach da. Nein. So. Oh. Verdammt. So. 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 Oh ne. Jetzt guckt es aber weit drüber. War das schon immer weiß? Das passt ja eigentlich gar nicht. Verdammt. Bling. Küche. Gibt es einen kleiner? Genau. Oh. Nee. Ein deutlich größer. Verdammt. Küche. bei dir. Aber oder der. Ja. Lindng. Die. Die. Klappen. Die. 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 Wie kommst du hier doch hin? Ist bisschen zu lang, aber ich sage mal noch okay. Für die Küche, hier. Zubehör für die Küche. Oh Mann. So. Teller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Ich habe auch keine Art. Ich habe gar kein Herd. Ach, verdammt. So. 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 ist eigentlich schon wieder besser. so. 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 Untertitelung des ZDF, 2020